Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüsse Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 4. Juli 2023, Born on the 4th of July, der amerikanische Unabhängigkeitstag. Und das wollen wir gleich verbinden mit einer Hymne auf die USA, nicht einer Hymne auf die real existierenden USA von heute. Die sind in vielerlei Hinsicht leider nicht mehr das strahlende Vorbild, dass sie sein sollten und dass sie sein wollen. Aber von der Grundidee her, von dem, was die Vereinigten Staaten von Amerika als Verfassungsideal in die Welt gesetzt haben, 1776, Unabhängigkeitserklärung, das sind Meilensteine der Freiheit auf diesem Planeten. Da heben wir das Glas für die Amerikaner, verbunden allerdings auch mit der Mahnung, jetzt da von diesem finsteren Kriegspfad im Osten Europas abzukommen und sich endlich wieder dafür auszusprechen, Frieden herbeizuführen auf dieser Welt. Und hier ist zu erinnern, hier wäre daran zu erinnern an John F. Kennedy, diesen jugendlichen, dynamischen Präsidenten des Aufbruchs der 60er Jahre. Er hat eine ganz bedeutende Friedensrede gehalten, mitten im Kalten Krieg, gegen die Dr. Strangelove, gegen die Atombomben-Fanatiker, gegen die Generals Jack the Ripper in Anlehnung, in Anspielung auf die Filmsatire von Stanley Kubrick. John F. Kennedy mit dieser Friedensrede, die Sie unbedingt, die können Sie im Internet sich zugänglich machen, das ist alles bestens dokumentiert, da müssen Sie einsteigen, das ist eine Inspiration. Und die Vereinigten Staaten von Amerika sind nach wie vor eine Inspiration, ich betone das, weil ich die USA ja auch kritisiere hier, und zwar nicht als Ideal, als sozusagen Leitbild und Leitstern der Freiheit, sondern eben als Verfassungswirklichkeit. Heute nichts ist perfekt und die Menschen haben natürlich die Eigenschaft, auch das Beste zu korrumpieren. Und wir müssen eben aufpassen, das Ideal allein reicht nicht, man muss eben auch die Realität im Griff haben. Und das ist das Bedauerliche. Meine denken Sie nur an diesen amerikanischen, diesen himmeltraurigen amerikanischen Botschafter, den wir jetzt in der Schweiz haben. Also kein Kirchenlicht, dieser Mann Scott Miller, Scott Miller, der die Schweiz als Loch in einem Donut bezeichnete. Ich meine nur schon das Bild, das ihm hier zu Gebote steht, sozusagen der Horizont dieses Mannes scheint da um Donuts zu kreisen, diese fetttreffenden, hohlräumigen, ungesunden Nahrungsmittel, sozusagen eine Generalmetapher, was auch kalorienmässig in den USA falsch läuft. Und der Schweizer Botschafter, beziehungsweise der US-Botschafter in der Schweiz, dem kommt nichts Besseres in den Sinn, als die Schweiz mit so einem Donut zu vergleichen. Das ist ja völlig eben auch vom Bild her, von der Metapher her. Das ist eine Dürftigkeit, eine Unbedarftheit, die uns etwas die Stirn runzeln lässt über die Vereinigten Staaten von Amerika, die sich doch rühmen, die besten Universitäten der Welt zu haben. Ja, wenn dort natürlich nur noch Chinesen und Nicht-Amerikaner dabei sind, da muss man sich nicht wundern, wenn eben solche Aussagen getätigt werden. Wenn wir bei den Amerikanern sind, dann schlagen wir jetzt gleich die Brücke zur Schweiz. Die Schweiz belegt punkto Wirtschaftsfreiheit einen Spitzenplatz gemäss der Rangliste der Heritage Foundation, einem parteiunabhängigen Think Tank aus den USA. Ein Spitzenplatz für die Schweiz, aber leider nur deshalb, weil die Regierungen im Ausland ihre Wirtschaft wieder stärker strangulieren. Die Rede ist vom Index of Economic Freedom. 186 Volkswirtschaften sind da auf Herz und Nieren verglichen und geprüft worden. Dieser Index beruht auf zwölf Komponenten, von denen jede einen Teil zum Wohlstand eines Landes beiträgt. Unter wirtschaftlicher Freiheit verstehen die Autoren freies Unternehmertum, begrenzter Staatseinfluss, individuelle Freiheit, traditionelle amerikanische Werte und eine starke Landesverteidigung. Was man sagen kann, ist, dass dieser Freiheitsindex der Globale gelitten hat in den letzten Jahren aufgrund dieses Corona-Interventionismus und dieses Corona-Expansionismus des Staates. Da ist die Freiheit zurückgebremst und zurückgebunden worden. Außerdem schreitet die Überwachung der Bürger dank den neuen Technologien weltweit voran. Per Saldo hat die Wirtschaftsfreiheit in den letzten zwei Jahren einen Rückschlag erlitten. Was allerdings beflügelnd aus dieser Statistik hervorgeht, ist die Tatsache, dass freiere Länder auch über mehr Wohlstand verfügen. Das ist übrigens eine Feststellung, die wir auch in der Schweiz beobachten und bestätigen können. Wenn Sie in der Schweizer Geschichte, in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte zurückblenden, dann stellen Sie beispielsweise fest, dass jene Kantone mit der am weitesten ausgebauten direkten Demokratie auch wirtschaftlich am stärksten waren. Vergleich, natürlich können Sie nicht alles immer auf einen Faktor reduzieren, aber der Vergleich ist doch erhellend. Kanton Zürich zum Beispiel verglichen mit dem Kanton Bern. Der Kanton Bern etwas autokratischer gestaltet früher als der Kanton Zürich mit stärkeren direktdemokratischen Elementen und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel der Kanton Zürich eben wirtschaftlich auch punkten konnte. Es gibt also eine positive Korrelation, einen positiven Zusammenhang zwischen Freiheit und Wirtschaftswachstum. In Ländern mit positiven Freiheitstrend wuchs das Bruttoinlandprodukt in den letzten 25 Jahren um durchschnittlich 2,5 Prozent, in den übrigen nur um 1,7 Prozent. Über die gesamte Periode bedeutet dies 85 Prozent statt nur 52 Prozent Wachstum. Eine Berechnung für das Jahr 2021 zeigt, dass die freien Volkswirtschaften im Mittel ein BIP pro Kopf von 92.500 US-Dollar erwirtschaften, die mehrheitlich freien 52.700 Dollar, also deutlich weniger, die nur mässig freien 26.300 Dollar, während sich die mehrheitlich eingeschränkten Länder mit 11.700 Dollar und die Zwangswirtschaften mit nur 8.100 Dollar abwinden müssen. Rund 31 Prozent der Weltbevölkerung lebt in freien Volkswirtschaften, weitere 8 Prozent in weitgehend liberalen oder umgekehrt. 61 Prozent der Menschen leben in unfreien Ländern. Das sollte uns nicht mit Hochmut erfüllen oder mit kolonialistischem Furor, sondern einfach unsere Gewissheit verstärken, dass wir unsere eigene Freiheit zu verteidigen haben und dass Freiheit, dass Demokratie eine Errungenschaft ist, die nicht selbstverständlich ist. Und auch dort, wo man die Freiheit und die Demokratie für selbstverständlich nimmt, kann sie beerdigt werden. Schauen Sie nach Deutschland, wo ein Verfassungsschutz, mittlerweile die grösste Oppositionspartei, völlig demokratisch diese AfD einfach ins Visier nimmt, an den Pranger stellt, bekämpft, wo der Staat sich immer mehr einmischt. Natürlich ist Deutschland kein Somalia, noch nicht und auch bis auf absehbare Zeit nicht. Aber dieser falsche Hochmut, der sich jetzt auch im Zuge der Ukraine-Krise ausbreitet, das ist ein schlechter Ratgeber. Der globale Freiheitsindex ist seit Beginn der Erhebung, also 1995, von 57,6 bis vor der Corona-Pandemie auf 61,5 Punkte angestiegen. Also immer mehr Freiheit, jetzt hat es einen kleinen Rückschlag gegeben auf 59,3. Dennoch ist das reale Weltbib gemäss der Weltbank von 40.300 Milliarden Dollar im Jahre 2015 auf 86.700 Milliarden Dollar angestiegen. Siehe, die Welt ist nicht verdammt, es ist nicht der Weltuntergang, der uns da überall entgegen züngelt. Auch bezüglich der menschlichen Entwicklung und des Umweltschutzes schwingen die freiheitlichen Wirtschaftsländer oben auf. Kein Fussbreit diesen grünen Planwirtschaftlern ohne Plan, diesen Sozialisten, diesen grün lackierten Sozialisten, wo das düstere Rot des Kommandowirtschaftsansatzes jeweils schon unter der Oberfläche hervorblitzt. Also auch beim Umweltschutz die freiheitlichen Länder vorbei. Die Schweiz hat seit 1996 eine günstige Entwicklung durchlaufen, von 76,8 auf 83,8 Indexpunkte. Damit liegt die Schweiz hinter Singapur und vor Irland auf Rang 2 der Weltrangliste. Die Verbesserung von Rang 6 um die Jahrhundertwende ist zudem auch durch eine Verschlechterung in vielen Konkurrenzländern und dem Ausschluss von Hongkong aus der Rangliste zustande gekommen. Die USA, das Land der Freiheit, liegt nur auf Rang 26, Japan auf Platz 29, China nur auf Rang 153. Unsere europäischen Konkurrenten liegen im Mittelfeld mit Deutschland Rang 15, Österreich 22, Grossbritannien 28, Spanien 51, Frankreich 53, Italien 69. Konkret benotet die Heritage Foundation auf einer Skala von 0 bis 100 die Schweiz wie folgt. Rechtsstaatlichkeit, Eigentumsrechte 94,2, effiziente Justiz 97,8, integre Beamtenschaft 92,3, Grösse des Staates, Steuerbelastung 70,6, Staatsausgaben 63,9, gesunde Staatsfinanzen 95,4, ein toller Wert. Regulierung, wirtschaftliche Freiheit 84,3, freier Arbeitsmarkt 60,5, das erstaunt. Monetäre Freiheit 85,1, freier Marktzugang, das heisst freier Handel 86,6, Investitionen 85,0, Finanzmarkt 90,0. Das sind schöne Zahlen, aber die könnten natürlich besser sein und sie müssen in der Schweiz auch besser sein, weil wir haben ja keine Rohstoffe ausser Wasser, ausser unseren Hirnen und deshalb müssen wir etwas uns einfallen lassen, müssen wir innovativ sein, sind wir zur Innovation verdammt. Dies der Freiheitsindex mit tröstlichen Resultaten immer noch für die Schweiz. Schillers Wilhelm Tell, meine Damen und Herren, Schillers Wilhelm Tell, uraufgeführt in Weimar 1804, das bedeutende Drama von Friedrich Schiller. Und Friedrich Schiller, das sage ich Ihnen, hat die Schweiz besser verstanden. Der deutsche Friedrich Schiller hat die Schweiz besser verstanden als viele Schweizer. Und es lohnt sich, das Drama Wilhelm Tell zu lesen. Das ist voll von Weisheit, voll von tiefen Einsichten über das Wesen unseres Staates. Und ein Dialog sticht ganz besonders hervor. Ein Dialog, den man nicht so auf dem Radar hat. Das ist der letzte Dialog seines Lebens des fiktiven Landvogts Gessler, der sozusagen für den habsburgischen Verwaltungsstaat steht, der die Schweiz da unter die Knute drücken wollte. Und Wilhelm Tell lauert diesem Gessler auf in der hohlen Gasse zwischen Immensee und Küssnacht in der Innerschweiz. Dieser hohlen Gasse, die wir übrigens am nächsten Samstag grossflächig beleuchten werden in den Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Das ist die Losung und tatsächlich der Landvogt Gessler. Er kommt mit dem Gesslerhut, der da mit Zwing-Uri die Urner mit dem Nasenring gleichsam führen möchte. Und das hat natürlich den Widerstand des Alpen-Cowboys, des Outlaws mit der Armbrust der wandelnden Unabhängigkeitserklärung. Wilhelm Tell herausgefordert. Und jetzt sagt Gessler auf dem Ritt durch diese hohle Gasse jene schicksalsschweren Worte, die sein Schicksal besiegeln sollten. Und das sind Worte, die wir uns ganz genau vor Augen führen müssen. Dies kleine Volk ist uns ein Stein im Weg. So oder so, es muss sich unterwerfen. Das sagt der Landvogt. Die Schweiz, diese Schweizer, die sind ein Stein im Weg in der Herrschaftslogik des habsburgischen Verwaltungsstaates. Und dieses Volk muss sich unterwerfen. Und das ist das ewige Thema, das ewige Drama der schweizerischen Geschichte. Es geht immer darum, dass begehrliche Nachbarn von den Schweizer verlangen, dass sie sich ihrem Willen unterwerfen. Und bis jetzt haben die Schweizer immer im entscheidenden Moment den inneren Wilhelm Tell, dieses mythische Sehnsuchtsbild des Freiheitskämpfers hervorgekehrt. Aber das ist auch nicht selbstverständlich. Man muss diesen inneren Wilhelm Tell immer wieder freilegen und entdecken. Denn süss und verführerisch ist es, sich unter das vergoldete Joch der anderen fallen zu lassen. Das geht ja immer mit Versprechungen einher. Ja, wenn ihr da mitmacht in der institutionellen Anbindung an die Europäische Union, dann könnt ihr mehr Velopnöse in der EU verkaufen oder mehr Tabletten. Habt ihr besseren Marktzugang? Angeblich wird behauptet. Also man versucht die Schweizer zu locken mit der Aussicht auf den goldenen Käfig. Aber Wilhelm Tell hat gesagt, nein, das geht überhaupt nicht. Und diese Unterwerfung ist das Leitmotiv. Sei es vom habsburgisch-österreichischen Verwaltungsstaat, vom französischen König, von Napoleon, von Bismarck im Zweiten Weltkrieg oder heute die EU in Brüssel oder bei den Waffenlieferungen an die Ukraine. Überall soll sich die Schweiz unterwerfen, soll sie das machen, was alle anderen machen. Dabei ist die Schweiz das Gegenläufige, das Widerspenstige schlechthin. Und wenn sie nicht mehr gegenläufig ist, dann ist die Schweiz nicht mehr. Und das drohen die Schweizer gelegentlich zu vergessen. Gefordert wird die Unterwerfung und dies will uns Schiller sagen, im Moment der Unterwerfung, wenn die Schweiz aufhört, ein Stein im Weg zu sein, ist es aus mit der Eidgenossenschaft, ist es aus mit ihrer Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Freiheit des Einzelnen, wo eben der Bürger der Chef ist und kein Landvogt. Gessler, Wilhelm Dell, grossartig hier, Friedrich Schiller. Interessant ist die Millionenspende der Sika-Erbin Carmita Burkhard Kröber an die Grüne Partei. Kommt einem etwas vor wie der mittelalterliche Ablasshandel. Die Firma Sika, ein grossartiger Schweizer Konzern, ehemaliger Familienkonzern in der Baumittelherstellung sehr stark. Auch beim Thema Beton sind sie vorne dabei, kurzum. Das sind Produktionen, das sind Fabrikationen, die nicht unbedingt CO2-neutral sind. Und da ist natürlich die Versuchung der milliardenschweren Erben gross. Dieses aufgestaute Erbe der Umweltverschmutzung sozusagen durch Ablasszahlungen, durch Spenden an Balthasar Glättli und seine Grünen abzutragen. Also das Vermögen, das nicht eben umweltfreundlich entstanden ist, muss nun sozusagen durch die Kläranlage der guten Absichten gereinigt werden. Das schlechte Gewissen packt sie. Sie laufen zu den Linken und Grünen und erfreuen sie mit Millionen Spenden. Aber in der Heritage Foundation haben wir eben gelesen, dass jeder Franken, der in die Linken und Grünen investiert wird, der Umwelt schadet. Denn die Grünen und die Linken sind unfreiheitliche Parteien und dort, wo die Freiheit zurückgeht, dort kommt auch die Umwelt unter die Räder. Also die Sika-Erben, man ruft ihnen zu, man möchte ihnen zurufen. Ihr müsst die Marktwirtschaft hochhalten, ihr müsst die Freiheit hochhalten, ihr solltet jene Parteien unterstützen, die eben diese freiheitlichen Rahmenbedingungen der Schweiz verteidigen. Und das sind eben bedauerlicherweise nicht die Linken und die Grünen. Aufgefallen ist mir ein gewisser Stefan Schlegel, stammt wie ich väterlicherseits aus dem St. Galler Rheintal. Er ist Mitglied der grün-liberalen Partei, war Oberassistent am Institut für öffentliches Recht an der Uni Bern und jetzt auf unser aller Kosten vier Jahre lang Stipendiat beim Schweizerischen Nationalfonds. Überdies ist der Migrationsexperte und Mitglied der Stadtbernischen Kommission für Migrations- und Rassismusfragen. Dieser Stefan Schlegel twittert nun, die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP gegen eine 10-Millionen-Schweiz zeige bei der Volkspartei die, ich zitiere, Offenheit ihrer Ausländerfeindlichkeit in der expliziten Verbindung von Personenfreizügigkeit und Asylwesen. Zitat Ende. Die SVP würde die Zuwanderung, Zitat, objektivieren und entmenschlichen. Kurz, sie betreibe die Überflüssigmachung des Menschen. Die Überflüssigmachung des Menschen, meine Damen und Herren, ist eine Formulierung der überflüssigen Menschen. Ich glaube, Günther Anders, auch die Philosophin Hannah Arendt, hat sich entsprechend geäussert, als sie den Totalitarismus interpretiert hat. Da möchten wir dem Martin Schlegel, dem Hochdekorierten und hochsubventionierten Stipendiaten des Nationalfonds auf Kosten von uns Steuerzahlern doch eher mitteilen, dass die Schweiz kein totalitärer Staat ist und dass solche Wortverwendungen für einen Akademiker Ausdruck einer geistigen Verdumpfung sind, wo eben alle Katzen grau werden und am Schluss alle, in jedem SVPler sitzt ein Nazi und wenn die Nazis tatsächlich das gemacht hätten, was die SVP macht, beziehungsweise umgekehrt, dann wäre das ja eine groteske Verharmlosung auch dieser fürchterlichen politischen Bewegung in der Geschichte. Solche grünliberalen Ideologen, die in öffentlichen Migrations- und Rassismuskommissionen sitzen und vom Nationalfonds und also von den Steuerzahlern leben, interessiert die Überlastung auch im Umwelt- und Grünflächenbereich nicht, die mindestens furchtbar, welche unglaubwürdigen Ansichten sich heute an entscheidenden Staatsstellen durchsetzen. Das ist wirklich schämig, dass Leute, die so einen Mumpitz behaupten, Entschuldigung, die so einen Unsinn hier bringen, dass es die weit bringen können in solchen staatlichen Kommissionen. Das ist ja reine pure Ideologie und verstehen Sie mich richtig, man darf die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP gerne kritisieren, aber es ist doch Ausdruck einer geistigen Verelendung, wenn am Schluss nur noch die Überflüssigmachung der Menschen, also eine klare Anspielung auf diese Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, als ihr stärkstes Argument übrig bleibt. Dieser hohle Moralismus, dieser aufgeblasene Ochsenfrosch-Moralismus, der ist zurückzuweisen. Kein Fussbreit, diesen Po-Panzen da und diesen Wichtigtouren des Moralismus. Ganz wichtiges Thema jetzt und auch ein veritabler Skandal. Aus den Medien wird bekannt, dass die Schweiz eine Absichtserklärung unterschrieben hat, dem Projekt European Sky Shield beizutreten. Es geht um einen europäischen Raketenschutzschirm, welcher zur Zeit von 17 NATO-Staaten und Österreich vorangetrieben wird. Unglaublich, welche Dreistigkeit der Bundesrat und insbesondere die VBS-Chefin, Bundesrätin Viola Amherd, an den Tag legen. In den Medienberichten wird süffisant festgestellt, dass das Projekt unter anderem in Österreich transparent kommuniziert werde, aber in der Schweiz wie ein Staatsgeheimnis behandelt wird. Der Bundesrat agiert erneut hinter dem Rücken des Souveräns. Offenbar will Frau Amherd ihre verdeckte Agenda NATO-Beitritt in Raten beschleunigen und diese an den ordentlichen politischen Prozessen und dem Stimmvolk vorbei mogeln. Da stellen sich doch ein paar gewichtige Fragen. Warum diese Geheimniskrämerei? Wie steht es um die Neutralitätspolitik? Warum gibt es keine eigenständige Lösung, wie etwa beim Beispiel Israel? Ist es sinnvoll, dass ausgerechnet die neutrale Schweiz jetzt während des akuten Neutralitätsfalls Ukraine-Krieg solche NATO-Vorhaben aktiv begleiten und umsetzen will? Hoffentlich kommt bald Licht in diese VBS-Dunkelkammer. Zu erwähnen in diesem Zusammenhang auch die wichtigste sicherheitspolitische Beraterin, sozusagen der Henry Kissinger der Schweiz gegenüber Viola Amherd. Das ist die ursprünglich aus Finnland stammende Pelvi Puli. Eine hochangenehme, nette Person, auch intelligent, allerdings mit einer Fixierung, deren sie sich zu wenig bewusst zu sein scheint. Sie ist nämlich ursprünglich Finnin. Und die Finnen haben ein ganz spezielles Verhältnis, natürlich vor allem auch gegenüber Russland. Hundertprozentiges Verständnis dafür, ich habe da nichts dagegen zu sagen. Nur das Interesse der Finnen, die da Winterkriege geführt haben gegen Russland, ist nicht das Interesse der Schweiz. Und Frau Puli, das ist mein Verdacht, das ist meine Beobachtung, sie ist nun mit dieser finnischen Prägung in der Schweiz unterwegs und es findet hier sozusagen eine sicherheitspolitische Finnlandisierung der Schweiz statt, die nicht im Interesse unseres Landes ist, denn ich betone das, die Russen haben der Schweiz noch nie etwas zu Leide getan. Im Gegenteil, wir verdanken den Russen die Neutralität unter anderem. Da war der russische Zar instrumentell bei der Gewährleistung und Gewährung der schweizerischen Neutralität an die Schweiz, 1815 am Wiener Kongress. Und man muss sich einfach immer bewusst machen, woher man kommt und was einen geprägt hat. Mich haben auch antirussische Gefühle meiner Grosseltern geprägt. Aber irgendwann muss man sich auch mal von dem etwas emanzipieren und versuchen, zumindest einen hoffentlich objektiveren Blick auf dieses Thema zu gewinnen. Und das ist hier nicht der Fall. Wenn Sie die Schweiz mit solchen Dunkelkammermanövern, mit solchen Schummrigkeiten hier in den Dunstkreis der NATO hineinmanövrieren, hinter dem Rücken des Souveräns, dann ist das nicht die Politik, wie wir sie erwarten vom Bundesrat. Mutiger Schweizer Nobelpreisträger Kurt Wüthrich, an einer Wissenschaftskonferenz in Lindau sprach er offen die Diskriminierung der Männer an. Denn es sollte an der Tagung nicht um Wissenschaft gehen, sondern um Frauen in der Wissenschaft. Frauen wurden dabei tatsächlich gebeten, auf Fotos vorne zu stehen. Dann hat sie nach vorne geschoben, die Vorzeigefrauen. Das ist doch entwürdigend. Das ist doch unglaublich, was hier passiert. Kurt Wüthrich, Zitat, «Ich würde mich als Mann schrecklich fühlen, auf diese Weise präsentiert zu werden. Jetzt prüfen die Veranstalter, ob der 84-jährige Berner ETA-Forscher und Turnlehrer gegen den Verhaltenskodex der Versammlung verstossen hat, der, Zitat, «verbale Äusserungen und nonverbale Handlungen, die herabwürdigend sind, oder gesellschaftliche Herrschaftsstrukturen in Bezug auf das Geschlecht stärken, auf der Biene verbieten würden.» Herabwürdigende Verhaltensweisen. Was ist herabwürdigender, als wenn man die Frauen künstlich nach vorne schiebt, um dem Eindruck zu unterstreichen, dass die Frauen ganz, ganz wichtig sind in unserer Gesellschaft. Das ist propagandistische Inszenierung einer gewünschten Wirklichkeit. Und wenn diese Veranstalter ihre eigenen Statuten ernst nehmen würden, dann würden sie gegen sich selber Sanktionen ergreifen, weil das ist auch eine Herabwürdigung und eine richtiggehende Herabwürdigung im ursprünglichen Sinne, wenn sie auf diese Techniken zurückgreifen. Meine Damen und Herren, das war es bereits wieder von Weltwoche Daily Schweiz. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und vergessen Sie nicht, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, abonnieren Sie unsere App. Ganz wichtig, wir haben attraktive Angebote, 90 Jahre Weltwoche. Abonnieren Sie die Weltwoche. Die Weltwoche ist nicht eins zu eins, das Gleiche wie diese Sendung. In der Weltwoche haben wir eine ganz grosse Palette, auch an Fremdautoren, mit unterschiedlichsten Standpunkten, die grösste Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter. Schauen Sie da rein, das ist hier unsere schnelle Eingreiftruppe online. Und ich bin sozusagen die Ein-Mann-Armee, die da immer wieder frühmorgens sich in die Gefechtsfelder der aktuellen Nachrichten vorwagt. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Machen Sie es gut und einen wunderschönen guten Tag. Machen Sie es gut und einen wunderschönen guten Tag.